hallo leute ja wir sind hier unten im system von ja nicht im system im untergrund sind wir ja und versuchen gerade irgendwie weiterzukommen aber so ganz koscher ist das hier alles nur nicht so wir wissen noch gar nicht wo wir den schwefel finden können den wir suchen und das jetzt erstmal unser hauptproblem denke ich dass wir schwefel in irgendeiner form finden weil das müssen wir irgendwie noch haben so ein bisschen mehr schrägen bauen zum fahren brauchen wir jetzt auch noch ja ihr guckt logo und dann hoffen wir dass wir irgendwann ein schwebel hier finden bis gleich so wenn ich schon ein stück weiter aber nur diese teile alle schauen wir mal ob wir irgendwo noch was finden was wir gebrauchen können dann müssen wir für den schwebel auch tiefer ich weiß es nicht und wie ich schon gesagt hatte wie wir hier wieder rauskommen weiß ich auch noch nicht vor allem jetzt brauchen wir biomasse aber die werden wir hier wohl auch finden ist das hier nicht alles biomasse ist das hier biomasse ne houston wir haben ein problem aber sauerstoff kriegen wir noch ne ja hier ist irgendwo so eine tolle pflanze ne schöne schräge da hoch hätte ich gerne ok noch einmal sauerstoff vor allem wichtig ist dass wir zurückfinden ne hehehe sieht irgendwie alles hier so gleich aus ne man wo ist jetzt unser auto da fängt schon an da vorne ist es wo ist denn diese pflanze was ist das denn da oben die spuckende pflanze ist das die zischrebe kriege aber auch nicht abgebaut ne ich hoffe so ist ganz schick da hoch schauen wir mal wo es hier lang geht wo es hier lang geht das ist alles nicht das was ich jetzt gerade brauche ja wir müssen auf jeden fall zurück weil wir gleich keinen sauerstoff mehr haben und irgendwie ist jetzt das problem dass wir biomasse vermissen uns fehlt biomasse die frage wo unser auto schon steht ich hoffe dass da ist es das war nämlich schon das erste problem das war es nicht das heißt wir sind schon falsch abgebogen ich glaube hier ist es aber um eine Ecke oder da steht es ja schon ja so fängt das hier an ne von hier sind wir gekommen kann ich hier irgendwas basteln was mir weiterhilft hier unten ne das war falsch wir hätten auf jeden fall verbindungen aber die würden jetzt hier nicht funktionieren Eisen haben wir da malachit haben wir da kleiner kanister machen wir den da oben drauf ein leuchtfeuer dafür brauchen wir quarz das ist ja schon mal einfach ne so da ist unser leuchtfeuer kann ich das jetzt anmachen das ist eigentlich erstmal egal von wo kann ich das überall sehen das ist die frage eher da sehe ich schon mal ich glaube hier waren wir schon lang gegangen oder hier sehe ich das leuchtfeuer noch das ist wichtig ja da ist es noch aber warte mal das müsste ich ja auf meinem Kompass sehen oder das war es jetzt nicht das mit dem Shift habe ich jetzt gelernt ne aber C ist das jetzt hinstellen das ist ja komisch ne ich dachte T wäre hinstellen äh jetzt da sehe ich wo ich lang gekommen bin wenn es schon war auch hier waren wir wohl noch nicht ist die dann kaputt aber wir haben nicht mehr genug Sauerstoffe müssen zurück schnell oh Gott wir werden alle sterben jetzt nicht mehr ok jetzt sind wir wieder richtig voll und jetzt gehen wir mal Gas da hinten hin ich hoffe das war hier aber ich meine ja schießt das Ding noch glaube nicht ne oder das habe ich jetzt zerstört genau so ist es so hier ist auf jeden Fall Gemisch bei aber ich bräuchte Biomasse das ist viel wichtiger jetzt komme ich hier nie raus hier ist keine Biomasse so jetzt geht der Sauerstoff flöten das heißt ich muss zurück so so diese Richtung habe ich jetzt nichts gefunden ja wir sind schon auf dem Weg da war keine Biomasse ich muss erst warten bis voll ist sonst hat das keinen Sinn so nach da waren wir schon ne da sind wir her gekommen das macht also keinen Sinn da weiter zu laufen mal nach hier hin gucken hier bin ich schon zu Fuß eben lang gegangen hier ist auch irgendwo so eine Zischserbe oder wie sie auch immer Zischrebe das ist hier irgendwo Biomasse nicht wirklich ne hier ist Harz ich finde alles aber nicht das was ich brauche hier geht es runter aber wohin jetzt nix ja so ist das jetzt will hier mein Fernseher noch ausgehen weil ich so lange den knapp so wo müssen wir hin da wo müssen wir hin da ja jetzt wird es langsam schwierig ne also ich habe jetzt gerade keine Vorstellung wie wir hier wieder rauskommen wenn ich das kaputt mache so ein Ding dann ist auch keine Biomasse oder ne oder ne 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 Kann der Pflanze erforscht werden, verschwindet wieder, ne? Oh, hier ist so ein Scanner-Gehäuse. Tja, bringt mir aber nicht so viel, weil dadurch kriege ich keine Biomasse. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich überlege mir was und schaue mal in der nächsten Folge dann weiter, oder? Weil so ganz bin ich mir jetzt nicht sicher, wie wir hier weiterkommen. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof gelaufen, auf Deutsch gesagt, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den Antrieb da gescheit hinkriege, dass ich den Generator da ins Laufen kriege. Aber das ist gut in der nächsten Folge. Machen wir erst hier einen Cut. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt dann mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht können wir irgendwie einen anderen Generator bauen. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja Rohstoffe unendlich hier unten. Wir haben eigentlich alles gesehen. Harz. Ja, schauen wir mal. Vielleicht bauen wir einen anderen Generator, der dann funktioniert. Bis dann. 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 Vielen Dank.